Naja, ich dachte schon. Die Map, Alter. Ah, gegen Profi. Das ist doch schonmal... Ja, aber die spielen zum Beispiel gar nicht Pre-Mate, Alter. Ich fahr Wusseln. Dachte sich Sven auch so. Egal, hat dir alles gepasst. Solange die nicht gerade drauf spielen können, ist ja auch immer Wurst. So, der ist drin. Nice. Meinungen? Das ist doch wieder ein schöneres Spiel. Sick. Was war denn daran, bitte? Sick. So, ich hab jetzt 92 Stunden... Robb. Echt? Du bist ja besser als ich und ich hab mehr als 100. 102 oder so. Oh Gott, mal nachher. Ich hab Level 4 um 30. Dafür würde ich 22 Stunden Trend Fever oder so. Was sagst du das Sven? Sag das Wort nochmal bitte. Das Ding? Ich sag gar nichts mehr. Der professionellen Rennsportmanager. Nein, mein Anwalt schreit dich nicht, ja. Das ist das Ding. Zeigling. Fick dich. Zeigling. Fick dich. Uuuuuh! Sven, züsselst du eigentlich gerne? Mit Cesar gerne, ja. Mit Cesar? Okay. Interessant. Dazu will ich mich nicht bei Toys. Was? Das ist nicht eine lesbische, äh, Sexstellung, Sven. Ich muss das ja wissen. Da kann man jetzt nicht mehr raus. Ich wollte euch gerade noch einen weiteren Witz darüber bringen, aber... Wieso? Wolltest du dich selber weiter reindrücken? Nee, ich wollte eigentlich sagen, wie ich lesbische Beziehungen sehe. in HD wir machen das einfach so du hältst die unten nicht blockt an den Refrain Weißer Post auspacken ist der Gerüstung bei diesem Lesben Kaffee Oh ja es ist so wichtig sind so wichtig vor allem an die Zetsche wieder wie ein Bild gut spazten sagt mit das Wort hat man was schlaft zu machen was soll ich das so die erste Folge soll für die erste Staffel das Wort Klapp. Wo die zweite? Ich glaub die erste. Mit der Anal-Sonde. Boah. Er war ja schon drin. Nee. Anscheinend ja nicht. Ah, fang das vom Gegner. Wupf. GG nicht, ja? Vakilatet. Ah! Ah, shit. Okay, boosted. Egal, irgendwie machen wir das schon. Zum Glück haben wir boosted Gegner diesmal. Ich dachte, Sven, ich bleib grad stehen. Nee, ich hab auf den Boost gewartet. Hab ich doch gesagt. Was? Du hast das nur in Ausdruck gebracht. Durch eine... Haltung. Jawoll. 5 Minuten. 5 Minuten. Das war ja auch schon mein Schuss. Der davor auch schon. Also ich bin... Useful. Hi, I'm useful. Ich hab ne Rettung. Ey, du wirst ja mal in die Summe und der Innenwinkel eines Dreiecks, ja? Da kann man schon mal stolz drauf sein. Ja. Ich hab mich ja entdeckt erst mal an. Bitte was? Ich hab mich ziehen lassen. Du bist die Summe... Ja, jetzt ist's egal. Ja, jetzt nicht mehr. Sag ich doch. Jetzt ist egal. Ja. Bitte. Genau. Das ist eigentlich schlecht. Ich war schon in die Bar einfach mal so in die Mütze. Ich aber bist du da. Ja. Da ist der Ariel gewesen. Ja, Micha ist gerade mit Zisern beschäftigt. Um auch den Rebound zu warten. Der ist drin. Ich hab abgelenkt. Nice. Mit Ansage. Ist halt so. Siehst du Sven, ich hab abgelenkt. Kannst du gleich sehen. Abgelenkt. Also nicht den Ball, sondern die Gegner. Ja, no shit. Sagt nicht. Da war ich doch gerade. Wo ist er denn jetzt hier? Macht da eh nichts mit. Verdammt. Ich fliege immer zu hinten. Oh, 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 oh. So, mach ich das. Ich wollte eigentlich den Ball treffen, aber da war... Döner, heute Jiros. Also quasi Döner ohne Brot. Sagt mit Pommes. Gut geklärt, Sven. Danke. Alter. Ich denke halt auch nur jetzt, will er es aber wissen. Noch ein Zor. Er ist drin. Er ist dabei gestorben. Die Frage ist, an was sucht er jetzt ran? Ich hab mich geopfert für meinen Zor. Ich hab's verwitzig gefunden, wenn die Cam einfach so nach hinten gesprungen. Weißt du was, Sven? In Resport. Oha. Sven, bevor du noch ein Eigentor machst. Ich hätte voll am Tor vorbeigerammt, ey. Dann wär ich nur nichts mit. Ich mir aber. Ich hatte den richtigen Wink, um das zu sehen. Ey, geht nicht drauf. Tschüss. Ich werd jetzt gerankt. Prospect 2, Liga 2, Alter. Die sind nicht verarscht. Prospect Elite selber, äh, Liga 2.